love for giuliano und ariel nach geburt kein paar mehr es ist aus zwischen giuliano lorenzo hediger und seiner freundin ariel bei love vorstellten die beiden ihre beziehung auf die probe beim großen wiedersehen gab das paar aber bekannt ihr erstes gemeinsames kind zu erwarten und sehr glücklich zu sein doch damit ist jetzt schluss wie ariel in ihrer instagram story verkündet ihr habt mit euren vermutungen recht giuliano und ich sind kein paar mehr auch die hintergründe der trennung gibt die tv kandidatin preis er hat mich betrogen und belogen offenbart sie und fügt hinzu sich in den nächsten tagen bei ihren fans melden zu wollen dabei schwebten giuliano und ariel nach der geburt ihrer kleinen tochter im vergangenen april noch auf wolke sieben dass ihr baby das licht der welt erblickt hatte verriet die 20 jährige im netz heute ist mein geburtstag und du hast mir den schönsten teddybären der welt geschenkt schrieb sie damals zu einem schnappschuss der sie und ihren liebsten mit ihrem neugeborenen zeigte und auch bei der vorbereitung für seinen film fichting challenger boxkampf unterstützte ariel giuliano noch voll und ganz dafür musste der reality tv teilnehmer nämlich ordentlich trainieren und nutzte jede freie sekunde für die mutter seiner tochter war das aber kein problem ich hoffe einfach dass es sich lohnt erzählte sie gegenüber bild für das duell ihres partners wollte sie außerdem vor ort sein und ihn anfeuern dafür musste sie ihr kleines mädchen kurzzeitig woanders einquartieren wenn giuliano kämpft bleiben meine freunde im hotel mit dem baby erläuterte sie und ich will mich auch noch leid des bästchen und seine freu den ministerstädten und dann Clname und dann醒 mich mal herr全 wöge und jetzt sp